Die Inspiration des heutigen Videos habe ich von einem netten Linux-Kollegen bei mir geholt, denn Linux-Umsteiger-Kanal hat vor ein paar Tagen ein Betriebssystem namens Xero Linux vorgestellt. Und ich muss ehrlich sagen, ich kannte dieses System noch gar nicht und war quasi vom Design hin und weg und musste mir das unbedingt anschauen. Deswegen stelle ich das Betriebssystem Xero Linux heute vor. Wer es noch nicht getan hat, der geht jetzt auf den Kanal von Linux-Umsteiger-Kanal, drückt hier einmal auf Abonnieren und die Glocke und lässt ganz unten in den Kommentaren noch einen netten Gruß von so einem Typ im Internet da. Jetzt schauen wir uns Xero Linux mal genauer an. Also schnappt ihr einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntagszeit für SonntagsOS und heute installieren wir ein Betriebssystem namens Xero Linux. So, ich habe mal ein bisschen so im Internet geschaut und der Grund wahrscheinlich, warum ich von Xero Linux noch nie was gehört habe, ist, dass selbst bei distrowatch.com Xero Linux gar nicht auftaucht. Wenn man hier nach Xero Linux sucht, bekommt man dann dieses Ergebnis angezeigt. Die Distribution wurde noch nicht, ist noch nicht in der Datenbank quasi. Und es gibt so eine Waiting List. Das ist hier Projekts, which are ready to be added, pending new release. Das heißt, diese Projekte hier, diese sieben Betriebssysteme, stehen jetzt quasi bereit, veröffentlicht zu werden hier auf distrowatch.com und müssen nochmal gesondert reviewt werden oder so ähnlich, habe ich das verstanden. Und wenn ich das hier richtig sehe, kann man diese dann quasi auch hochvoten, also empfehlen. Und wer oben in der Liste steht, der kommt wahrscheinlich als nächstes rein. In dem Falle hier Linux CNC. Gut, nichtsdestotrotz, Xero Linux hat eine eigene GitHub-Seite, natürlich, github.com slash Xero Linux. Und hier habe ich auch herausgefunden, dass der Entwickler, der Hauptentwickler höchstwahrscheinlich Steve heißt. Sehr cool. Und ja, hier kann man sich dann im Prinzip das gesamte Betriebssystem selber auch anschauen. Zumindest dann auch die Designs, das Xero Nord Git, auch Suite und Dracul und so weiter. Oder das Layern, die Layern-Oberfläche. Gucken wir uns gleich alles noch genauer an. Was mich ein bisschen interessiert hat, waren auch die Xero Linux Repos. Da habe ich so gedacht, oh, gibt es eigene Repositories? Schauen wir mal rein. Und da sehe ich hier, das sind die Repos für Xero Linux-Pakete. Feel free to check it out. But kindly do not clone. Das ist auch ein bisschen seltsam dafür, dass man seine Daten quasi öffentlich freigibt auf github.com, dass man höflich darum bittet, es doch bitte nicht zu klonen. Das ist ein bisschen komisch. Aber gut, sei es drum. So, die Seite Xero Linux.xyz ist sehr, sehr schön gestalten. Muss ich sagen. Sie ist auch super schnell, super responsive. Und das zeigt im Prinzip schon, oder zeigt so ein bisschen, was auch designtechnisch auf uns zukommt. Es ist wirklich sehr gut lesbar. Alles sehr einfach gehalten. Klare, deutliche Farben. Ein bisschen bunt. Ein bisschen verspielt. Ein bisschen fröhlich. Und das finde ich wirklich, wirklich gut. So, hier kommt Xero Linux in zwei Versionen. Einmal die KDE Hauptedition und einmal XFCE, für die, die jetzt nicht so einen schnellen Rechner haben. Hier gibt es noch einen Gnome-Button, aber hier steht Gnome wurde eingestellt. Das gibt es nicht mehr. Wenn du Gnome nutzen möchtest, dann verweist der Entwickler hier auf Manjaro, Arco Linux oder Endeavor OS. Endeavor OS und Manjaro habe ich hier auf diesem Kanal schon vorgestellt. Ein bisschen weiter runter finden wir dann hier auch die Themes. Die sogenannten Rises, also Rises und Themes. Das sind quasi die Designveränderungen, Designanpassungen. Die werden dann auch in der Community als Rises bezeichnet. Und Themes sind im Prinzip das gesamte Overlay. Die Gesamtdarstellung wird dann als Theme bezeichnet. Und da gibt es dann das Hauptthema. Das ist Xero Layern. Haben wir gerade eben schon bei GitHub gesehen. Dann gibt es Dracul. Xero Nord. Also Nord, das ist auch ein Design. Den gibt es tatsächlich schon eine Weile. Und das Suite-Design kennt man durchaus auch. Wer Garut Linux schon mal getestet und installiert hat. Hier oben habe ich auch nochmal verlinkt meine Vorstellung. Der wird das Suite-Theme schon kennen. So und hier rechts haben wir dann noch ein paar Grub-Themes. Da gibt es dann das Klassik Nord. Dann Star Wars-Thema ist mit dabei. Hier mit The Last Jedi. Finde ich sehr, sehr interessant. Daft Punk ist auch dabei. Finde ich wirklich super cool. Weil ich bin ja ohnehin so ein bisschen Fan von dieser gesamten Cyberpunk-Sache. Wo ja Daft Punk auch mit so drin war. So Thron. Das ist ein Film aus den 80er Jahren. Und Xero kommt. Das ist so das klassische Arch Linux. Sieht sehr, sehr, sehr cool aus. Also muss ich wirklich sagen, das gefällt mir sehr. Da muss ich sagen, da haben sich die Entwickler von Xero Linux designtechnisch wirklich extrem viel Mühe gegeben. Und die legen auch wirklich hohen Wert auf Design. Deswegen heißt es hier auch An Eye Candy Lovers Wet Dream. Also jemand, der auf Schönheit steht, dann ist Xero Linux quasi der feuchte Traum. Gut, dann gehen wir auf Downloads. Dann würden wir wieder hier runter. Ich gehe auf KDE und gehe dann auf Download Now. Dann werde ich hier auf die SourceForge-Seite umgeleitet. Der startet in wenigen Sekunden den automatischen Download. Und werde das Ganze jetzt nochmal abbrechen, weil ich habe es bereits. Um die Geschwindigkeit, die Download-Geschwindigkeit zu erhöhen, gehst du einfach auf Problems Downloading. Und klickst dann hier zum Beispiel auf eine Stadt in deiner Nähe. Bei mir wäre es jetzt hier NetCologne. Hat bei mir ganz gut geklappt. Und dann ist das Ganze bei meiner Internetgeschwindigkeit. Ich habe eine gute Internetgeschwindigkeit. Von daher ist das Ganze dann innerhalb von zwei Minuten heruntergeladen worden. Und die Größe der ISO ist, wo haben wir es, 2,6 Gigabyte in zwei Minuten. Ja, das hat anderthalb, zwei Minuten nur gedauert. War also wirklich schnell. Ja, da ein bisschen gucken. Ich finde SourceForge auch nicht sehr schön. Aber naja, man kann es sich manchmal nicht aussuchen. So, dann gehen wir mal rüber und erstellen hier eine lokale VM. So, einmal dann Xero Linux. So, Xero Linux ist auf jeden Fall ein Arch Linux. Deswegen kann ich das hier schon mal so auswählen. Und ja, wir machen hier, ich glaube, 4 Gigabyte reichen völlig aus. 12 Kerne gebe ich frei und 20 Gigabyte Festplattenspeicher. Auch das reicht aus. Ich mache Xero Linux. Möchte die Konfiguration noch bearbeiten und gehe dann auf Fertig. Soll ein UEFI-System sein und Festplatte und CD-Rumlaufwerk noch aktivieren. Und ganz wichtig, falls du noch eine ältere Version von Virtual Manager hast oder überhaupt irgendeine andere virtuelle Maschine benutzt, wo das ein Thema ist. Die Desktop-Oberfläche von Xero Linux ist ein KDE-Plasma. Und KDE-Plasma verträgt sich nicht mit QXL-Treibern. Da kriegt man das Ganze dann, da kriegt man dann Probleme mit der Auflösung. Also schön gucken, dass das Ganze, dass man hier als Grafik-Treiber dann die WIRT-IO-Treiber lädt. Gut, dann einmal Installation beginnen. Und dann schauen wir mal. So, das ist jetzt der Linux-Loader, so wie es aussieht. Also kein Grub. Ich werde jetzt einfach ganz oben einfach UEFI Open Source machen. So, dann nach dem ersten Hochfahren wird mir hier angezeigt, sind 128 Pakete zum Aktualisieren verfügbar. Und die Auflösung ist natürlich nicht sonderlich gut hier in der virtuellen Maschine. Deswegen werde ich das Ganze jetzt als allererstes ändern. Hier unten habe ich die Einstellungen. Dann gehe ich auf Display und Monitor. Dann einmal hier die Auflösung anpassen. Full HD 60 Hertz. Anwenden und beibehalten. Und jetzt wird hier oben dann auch die Leiste angezeigt. Die wurde jetzt nämlich eben gar nicht angezeigt. So, hier haben wir im Prinzip schon mal so einen ersten Einblick, wie das Ganze dann aussieht. So, hier haben wir den Xero Linux Welcome, so einen Starter. Der ist ziemlich gut, weil hier gibt es zum Beispiel Fix Arch Linux GPG Keys. Das kommt darauf immer an, wie alt die ISO gerade ist. Ich habe leider jetzt nicht geguckt, wie alt diese ist. Wenn die ISOs zu alt sind, kann es nachher Probleme mit Updates geben und dann entsprechend mit den GPG Keys. Hier oben auf dem i findest du noch mal einen Link zu meinem letzten Sonntags OS. Da habe ich Black Arch Linux vorgestellt. Und Black Arch Linux, die ISO war quasi ein halbes Jahr alt. Und da gab es eben Probleme mit diesen GPG Keys. Und das habe ich quasi, also ohne so einen Fixer, quasi selbst gelöst. Und deswegen schau dir das ruhig mal an, falls du mal an so ein Problem ebenfalls schon kommst, kannst du sehen, wie man das Problem löst. So, ansonsten gibt es hier einen Partitionsmanager noch. Man kann die Paketlisten, die Paketlisten aktualisieren. Das werde ich mal machen. Da öffnet sich NeoFetch. Sehr, sehr schönes NeoFetch übrigens. So, irgendwie hat das aber irgendwie nicht geklappt. Aber gut, dann werden wir das Ganze mal schnell manuell machen mit sudo pacman-sy. Ja, super. Man muss englische Taster tun. So, hier und dann S und das Y-Star oben. Großes S. So, jetzt. So, hier sind dann die Repositories. Also Xero Linux hat auch eigene Repositories. Unter anderem auch die XL. Repo und XL. Okay, so, die haben wir jetzt hier quasi synchronisiert. Okay. Gut, ich denke mal, dieser Button sollte das irgendwie selber machen. So, dann kann man den Installer im Debug-Mode starten, falls die Installation nicht funktioniert. Ja, und hier gibt es noch für VMware Tools gibt es noch so einen Auflösungs-Fix. Wahrscheinlich gibt es bei VMware ein ähnliches Problem wie bei Wirt-Manager, wenn nicht der Wirt-Io-Treiber ausgewählt ist, sodass man dann von KDE Plasma die Auflösung nicht richtig ändern oder anpassen kann. Gut, wir starten mal den Xero Linux Installer. Und da öffnet sich Calamares. Okay. Ja, das ist ein sehr guter Installer. Und hier haben wir, oh, sehr viele Optionen zum Auswählen. So, hier Arch-Kerne, Linux und Linux-Headers. Okay. Ja, man kann hier alternativ auch den LTS-Kernel auswählen. Der ist ein bisschen stabiler, der ist ein bisschen sicherer, gerade wenn man eben immer Probleme hat, dass alles irgendwie ganz zu schnell abstürzt. So, dann die dazugehörigen U-Codes. Ich habe einen AMD-Prozessor, also werde ich die AMD U-Code-Treiber mit reinbringen. Hier kann ich dann noch Lite-DM installieren, nutze. Dann gibt es hier noch ein paar Audio-Treiber. Werde ich einfach alle aktivieren. Machen wir Pipewire und Puls-Audio. Ja, machen wir ruhig beide. Egal. Power-Manager, Power-Management, wenn du einen Laptop hast. Printing-Support lasse ich jetzt weg. WA-Com-Tablet-Treiber lasse ich jetzt auch weg. Und Fingerprint habe ich auch nicht. Dann einmal weiter. Und oha, ja, jetzt wird es interessant. Das wird ja richtig viel. Es gibt hier Android- und iOS-Support, Musik. Ich lasse jetzt einfach mal alles ausgehakt. Ich werde jetzt hier einfach mal nichts, außer die Themes wahrscheinlich, doch, ich werde Themes and Tools installieren. Und ansonsten nichts weiter, weil ich mal gespannt bin, ja, was er überhaupt mitliefert, wenn man nichts auswählt, was er dann installiert. So, einmal weiter. So, Tastatur hat er schon gefunden. Sehr gut. Festplatte. Einmal auswählen. Hier habe ich dann die Möglichkeit, entweder Swap oder ohne Swap. Und dann ButterFS, XFS oder EXT4. Ich nehme ButterFS. Das hat er hier schon standardgemäß ausgewählt. Und so sieht dann die Partition aus. Einmal weiter. Und hier sind wir dann beim Namen. So, XeroBox. Und das Passwort ist dieses. Und es ist auch gleichzeitig das Administrator-Konto. Einmal weiter. Dann hier noch eine Zusammenfassung. Ich gehe auf Installieren. Und dann heißt es einfach abwarten, bis die Installation durch ist. Und damit ist die Installation durch. Und wir können das System neu starten. Jawohl. Und hier haben wir auch schon einen, ja, sehr schönen Grub-Bootloader. Sehr schön designt. Hat so ein bisschen was von Mac, muss ich sagen. Von, ja, Mac OS. Sehr, sehr angenehm anzusehen. So, dann einmal Enter gedrückt. Und dann geht es auf in die Anmeldemaske. So, hier oben sehen wir, haben wir die Arbeitsflächen Plasma-Valent. Und es gibt auch noch Plasma-X11. Valent habe ich auch hier getestet. Grundsätzlich funktioniert. Es ist aber sehr hakelig und sehr langsam. Deswegen werde ich jetzt hier auf X11 umschalten. Denn X11 funktioniert bei Plasma immer noch am problemlosesten. So, und einmal eingeloggt. So, dann haben wir hier wieder die Oberfläche. Ja, hier oben fehlt wieder die Hauptmenüleiste. Und das bedeutet, wir müssen erst mal die Auflösung anpassen. Einmal hier. Alles ist schon auf Deutsch eingestellt. FullHD. Anwenden und beibehalten. So, und jetzt ist die Leiste auch da. So, hier haben wir das Xero Linux Konfigurationstool. Lässt sich übrigens auch aufrufen, einfach mit dem Befehl sysconfig in der Konsole. Und dann öffnet sich auch dieses kleine Fensterchen. Hier kann man dann die Treiber checken für Nvidia-Karten. Es gibt noch die, ja, alten Nvidia-Treiber. Hier gibt es einen Knopf, der nennt sich Coming Soon, 6. Juni. Das heißt, am 6. Juni kommt hier irgendeine neue Funktion dazu. Finde ich sehr spannend. Das bedeutet, Auge auf und weiter beobachten. Hier gibt es eine Shell-Konfiguration. Und hier kann ich entweder, ja, ganz normal Bash oder nach ZSH wechseln. Zusammen mit OhMyZSH, also OhMySish. Und PowerNK nennt sich das dann. Das ist, ja, das ist so eine Konfiguration für die optische Darstellung der ZSH. Das heißt, Bash sollte jetzt wohl rein theoretisch dann die normale Shell sein. Das kriegt man recht einfach raus, indem man einfach eintippt. Ich mache mal ein bisschen größer. Indem man einfach eintippt, which, und dann Dollarzeichen Shell. Und dann zeigt er auch an, hier sind wir jetzt bin Bash. Das heißt, das ist die Bash Shell. Dann schalte ich mal um. So, einmal das Passwort eingetippt. Und jetzt werden ein paar Sachen noch installiert. Und wenn die Installation durch ist, sagt er auch, bitte einmal aus- und nochmal einloggen, damit die, ja, damit die Shell-Konsole, damit das nachher alles greift. Sehr gut. So, hier unten haben wir die Leiste, dann die Konsole. Und ja, so sieht das Ganze dann aus. Und wenn ich jetzt eingebe, ich kann es nochmal größer machen, which, Dollar, Shell, dann sehe ich auch, es ist bin ZSH. Gut, sei es erstmal drum. Was haben wir noch? Wir können Samba konfigurieren. Wir können KVM, also den Wirtmanager, hierüber installieren. Das geht natürlich innerhalb einer virtuellen Maschine jetzt nicht. Und dann gibt es hier noch Extra Packages. Und was haben wir denn? Ein Gaming All-in-One-Installer. Das klingt interessant. Doom Emacs kann man hier installieren. Wer also Doom Emacs nutzen möchte. So, dann Install Surface Kernel. Man kann hier auch noch einen anderen Kernel zusätzlich installieren. Und die KDE Erweiterung für den Tiling Window Manager kann man installieren. Das machen wir mal. Da bin ich ja mal interessiert, was das sein könnte. Gut. KDE Window Tiling heißt das. Ich habe keine Ahnung, was das genau bedeutet. Ah ja, es könnte vielleicht das sein. Wenn ich jetzt hier einfach die Fenster an die Seite. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon von vornherein sowieso funktioniert hätte. Aber gut, sei es drum. So, was haben wir sonst noch? Und Disable Auto Start. Das bedeutet also, dass dieses Konfigurationstool nicht mehr gestartet wird, wenn ich das System neu starte. So, gut. Ja, schauen wir uns mal hier an. Sehr, sehr schöne Oberfläche. Hier oben haben wir dann die Uhrzeit. Das ist, hier steht, der Kalender ist auf Deutsch. Das ist schon mal schön. Allerdings ist die Darstellung hier auf Englisch. Hier rechts finden wir dann noch eine, die Netzwerkanzeige mit der Downloadgeschwindigkeit und so weiter. Und dann halt die Symbole, die Status und Benachrichtigung. Und ja, hier kann ich dann entsprechend noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel der Jakuake, das Jakuake Terminal. Das kriege ich auch mit F12. Einfach jetzt hier F12 drücken und dann öffnet sich das. Und das bedeutet mal, dass man so auf die Schnelle, egal was man gerade geöffnet hat, wenn man F12 drückt, öffnet sich dann auf die Schnelle mal ein Terminal. Und dann kann man mal ganz fix den, ja, etwas heraussuchen, irgendwo hingehen, irgendwas machen. Ja, sehr gut. Ja, dann, ich glaube mit F12 kann man das Ganze wieder entfernen. Sehr gut, genau. Super, was haben wir sonst noch? Nachtfarbensteuerung, Redshift. KDE Connect haben wir mit drin. Eine Sperrtasten. Status. Okay, und ja, so eine Art Tresor. Gut, dann hier oben gibt es das Anwendungsmenü und dann schauen wir mal, was jetzt alles schon vorinstalliert ist. Kalender und Localize ist vorinstalliert, also keine Office-Bibliothek. Dann Dienstprogramme ist, ja, Emoji-Auswahl, das sind so diese Standard-KDE-Sachen, die man sowieso bei KDE findet. Den Quantum Manager, das ist dann nachher für die Designs, gucken wir uns gleich an. Dann Latedock, das ist dann das hier unten. Ansonsten nichts Spezielles. Das ist das Konfigurationstool. Okay, sehr gut. Dann Grafik haben wir einfach nur Gwenview und ein Color Picker, ein Farb Picker. Dann im Internet haben wir den Falcon Browser. Das ist ein KDE-eigener Browser, ein KDE-Plasma-eigener Browser. Der Nachfolger, quasi der Nachfolger zu Conqueror, den es vorher mal gab. Den Conqueror gibt es immer noch, der wurde aber nicht mehr weiterentwickelt, sondern man hat einfach einen komplett neuen Browser entwickelt, nämlich den Falcon Browser. Ich glaube, dieser basiert auf Chrome. Also hier auf der Chromium Engine. Genau. Gut. So, dann einmal wieder schließen. Dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. So, dann Multimedia. Der VLC-Media-Player ist schon vorinstalliert. Sehr, sehr interessant. Dann die üblichen Verdächtigen in der Systemverwaltung. Dann gibt es hier unten den Grub Customizer. Und der interessiert mich jetzt mal besonders, wenn hier möchte ich jetzt mal schauen, was man hier so alles eintragen kann. Gut, so, das ist im Prinzip das, was bei Grub im Menü angezeigt wird. Ganz normal Xero Linux, ganz oben. Und entsprechend die erweiterten Optionen. Im Prinzip wird das nur so diese drei Sachen angezeigt. So, was haben wir noch? Die Darstellung. So, und hier bei der Darstellung, hier kann ich dann entsprechend wahrscheinlich dann das Theme entsprechend auswählen. Dann haben wir noch Starfield. Das ist ein Fehler aufgetreten. Okay, das ist sehr, sehr schade. Das ist hier dann das Hintergrundbild. Und wenn ich ein neues Theme installieren möchte, dann muss ich auf die Seite von Xero Linux gehen. Auf Xero Linux.xyz. Dann auf Customization. Und dann kann ich hier zum Beispiel sagen, ich möchte Xero Comp zum Beispiel. Installieren. Dann gehe ich ganz einfach hier auf das Installationsguide. Und hier wird mir dann angezeigt, wie ich das Ganze machen muss. So, hier dann einfach den Anweisungen folgen. Das machen wir jetzt einfach mal. Hit clone this repo und dann execute sudo. So, wollen wir mal machen. Code. Kopieren. Machen wir mal auf. Oh, jetzt merkt man auch, dass die Transparenz, das kann manchmal zu Problemen mit der Sichtbarkeit führen. So, also einmal git clone. Ja, muss man aber auch schon sagen, dass man git clone machen möchte. So, dann ist das Ganze einmal da. Dann gehe ich in den Ordner Xero Comp rein. Der müsste ja jetzt da sein. Genau. Dann lasse ich mir das ruhig alles mal anzeigen, was hier so gerade ist. Oh, interessant. Ich habe, wenn ich LS minus LA eingebe, habe ich hier so kleine Symbole auch vorne. Das sagt mir, dass das LS tatsächlich nun wahrscheinlich nur ein Alias ist für, ich glaube, Exa oder so heißt das eigentlich. Ich gucke mal. Alias LS Exa. Also, wenn ich LS eingebe, dann wird gar nicht LS ausgeführt, sondern es wird das Tool Exa ausgeführt. Und es wird alles aufgelistet, es ist farbig untermauert und die Ordner werden immer als erste oben angezeigt und bekommen ein Icon. Und so sieht das Ganze dann entsprechend aus. Das heißt, LS ist gar nicht LS, sondern das Programm Exa. So, wenn wir das jetzt haben, dann haben wir hier diese install.sh. Bevor ich die ausführbar mache, möchte ich mir die aber mal anschauen. und schaue mal, ob ich Vim installiert habe. So, Vim wurde nicht gefunden, also mache ich Sudo Pac-Man. Und dann hat er das installiert. Und dann kann ich das Ganze jetzt öffnen mit nvim install sh und schon habe ich hier ein wunderschönes Neo Vim. So, jetzt sieht man das natürlich immer schlechter hier wegen der Transparenz. Das ist natürlich alles nicht so sonderlich schön. Deswegen werde ich hier mal ganz fix schauen, ob ich irgendwie das Ganze auf Standard setzen kann. Sehr gut. So, jetzt haben wir auf Standard. Jetzt sieht es zwar farblich nicht mehr so schön aus, aber zumindest ist die Transparenz jetzt mal ein bisschen verschwunden und so, dass man das ein bisschen besser lesen kann. So, im Prinzip ist das hier das Skript, was ich jetzt hier ausführen werde. So, hier wird das Ganze dann beschrieben, wie das Grub-Theme dann entsprechend geändert wird und wie dann das Ganze auch neu konfiguriert wird. Das ist ein ziemlich schwerer Eingriff in das System, selbstverständlich, auch hier mit Update, Grub und so weiter. Es ist nicht zu empfehlen, einfach irgendwelche Skripte aus dem Internet herunterzuladen und einfach zu installieren, wenn man nicht genau weiß, was man macht. Deswegen empfehle ich sich selber immer dazu hingehen zu sensibilisieren, die Textdateien, die Bashdateien zu öffnen, zu lesen und zumindestens auch zu versuchen, diese zu verstehen. Weil hier kann ja jetzt alles Mögliche drin stehen und es kann ja auch alles Mögliche im Hintergrund dann installiert werden. Es kann ein Rootkit im Hintergrund installiert werden. Alles, was ich so nicht weiß. So, das ist einfach mal nur so eine allgemeine Warnung hier am Rande, dass es nicht sinnvoll ist, einfach irgendwie rund aus jedem Git-Repository herunterzuladen und zu installieren. Ich mache das jetzt, damit du das vielleicht nicht machen brauchst, weil wenn es jetzt schief geht, dann passiert es nur mir in meiner virtuellen Maschine. Besonders, weil eben auch hier noch nicht allzu viele dieses Grub-Theme nutzen oder das ganze Skript auch genutzt haben. So, können wir jetzt nur hoffen, dass das Ganze jetzt hier nicht mein System zuschießt. Also mache ich erst mal chmod plus x. Wir müssen das Ganze ja ausführbar machen. Und dann install.sh. ls-la. Können wir nochmal schauen. Jetzt ist es ausführbar. Gut, ja. Und dann führen wir das Ganze mal jetzt aus. Punkt install.sh. Run me as root. Und okay. Jetzt wird das Ganze, ja, durchgeführt, geändert. Und dann sind wir durch. Und ja, dann starten wir das System mal neu und gucken mal, wie das Ganze jetzt aussieht. Abmelden, neu starten. Okay. Ja, das ist schon richtig cool. Also das ist, muss ich sagen, da stehe ich voll drauf. Ach, herrlich. Was ich ein bisschen komisch finde, hier gibt es jetzt zwei Einträge. Einmal XeroLinus KDE und einmal XeroLinus KDE Linux. Hm, kann ich, ich habe keine Ahnung, was da jetzt der Unterschied ist, warum das jetzt zwei Einträge sind. Aber okay. So, hier werden dann alle Betriebssysteme angezeigt, auch Windows zum Beispiel. Und dann kann ich das hier so reinladen. Sehr, sehr schön. Gut, dann machen wir mal weiter. Wie wir das Ganze jetzt hier noch so ein bisschen vom Design her noch verändern können. Und zwar gibt es hier den Quantum Manager. Der Quantum Manager ist quasi so ein Helper, der, wo man Themes, eben Quantum Themes entsprechend installieren kann. Und wir schauen mal, es gab ja, das ist ja jetzt das Standard Layern Theme, was wir jetzt hier haben. Und es gibt ja noch andere Themes. So, da will ich mal schauen. Customization. Und dann sind wir ganz unten bei Rises und Themes. Da hatten wir hier das XeroLin. Das ist, wie gesagt, das Standard Theme, was wir jetzt gerade haben. Und dann gibt es ja noch das Dracul zum Beispiel. Und das Suite und das Dracul, das will ich jetzt mal haben. So, deswegen gehen wir hier auch wieder auf GitHub, auch wieder XeroLinux. So, und dann wird jetzt hier beschrieben. So, als allererstes weist er mich darauf hin, dass ich gebeten werde, selber nochmal alle Daten zu sichern. Denn mit der Installation dieses Themes wird ein schwerer Eingriff in die Konfiguration durchgeführt. Allerdings, so steht hier, wird auch automatisch der Config-Folder nochmal, also mein Config-Ordner, auch nochmal gesichert. Lieber sicher als sorry. Das ist doch schon mal sehr, sehr nett. Dann wird hier auch nochmal darauf hingewiesen, dass dieses Theme auf schwacher Hardware höchstwahrscheinlich nicht richtig laufen wird. Und, also mit weniger als 4 GB RAM wird das Ganze ein bisschen laggy und sluggish, wie man so schön sagt. Ich habe 4 GB an RAM jetzt erst mal drin. Das heißt, es kann sein, dass das Ganze auch noch ein bisschen werfällig nachher wird, wenn wir das hier installiert haben. Ja, und er sagt dann, man soll das Ganze hier ausführen. Auch hier haben wir wieder dasselbe Problem wie eben. Ja, hier wird etwas aus dem Repository heruntergeladen und dann eine Install-Skript einfach ausgeführt. Das ist, wie gesagt, immer mit Vorsicht zu genießen. Ich werde es jetzt hier einfach aus Einfachheit halber einfach mal machen. Falls irgendwas Schlimmes passiert, naja, dann passiert es halt in meiner virtuellen Maschine und nicht auf irgendeinem wichtigen System. So, hier wieder Standard, dass wir ein bisschen was sehen. Und dann würde ich sagen, einmal Yo. Be careful, this will override your eyes. Das ist sehr interessante, sehr wichtige Info. Dann wird er das Passwort haben. Das kriegt er natürlich. Und Plasma, okay, hier hat er irgendeinen Fehler ausgegeben. Jetzt hat er das Daft Punk-Theme installiert. Das ist interessant, ich wollte Daft Punk ja gar nicht haben. Dracula-Theme, ah, okay, das läuft wahrscheinlich daran, dass ich das Dracula-Theme schon hatte oder so. Obwohl ich ihn ja gar nicht darum gebeten habe. Aber genau das ist das, was ich eben meine, wenn man einfach die Skripte downloadet und ausführt, dann werden tatsächlich Änderungen durchgeführt, die man möglicherweise auch gar nicht haben möchte. Ja, dann werde ich das Ganze jetzt einfach mal neu starten und mal gucken. So, hier haben wir dann das Daft Punk-Theme. Welcome to the Daft World of Linux, dear user. Auch wieder sehr, sehr, sehr schön gemacht. Ein sehr, sehr schönes Grub-Theme. So, jetzt hat sich auch die Login-Maske geändert. Auch das, sehr, sehr nice. Einmal eingeloggt. Oh ja, jetzt kommt schon mal ein neues Hintergrundbild. Und dann hoffe ich doch mal, dass wir noch ein paar Dinge weiterladen. Oh ja, da kam dann tatsächlich schon was. Und ja, das sieht natürlich sehr, sehr schick aus. Die Leiste hier unten ist sehr, sehr klein. Ich hoffe, du kannst es trotzdem noch ganz gut sehen. Hier oben haben wir dann so einen Shutdown-Button. Hier haben wir dann auch jetzt die Tageszeit auf Deutsch. Das ist auch sehr, sehr schön. Hier die Download- und Upload-Geschwindigkeit. Und hier kann ich mich kurz ab und wieder anmelden. So, was haben wir hier? Energieverwaltung. Haben wir dann auch im Prinzip das Ähnliche, was wir vorhin schon auch angezeigt hatten. Und hier dann das Anwendungsmenü. Was mich jetzt interessiert, was ist, wenn ich... Ah, okay, alles klar. Wenn ich also hier drauf drücke, dann wird mir hier das Wetter angezeigt. Und zwar in Cupertino. Ich denke mal, dass man das Wetter noch irgendwo einstellen kann. In Cupertino ist es gerade nachts und es ist 9 Grad. Das ist auch sehr schön. So, und lassen wir jetzt aber... Ich weiß gar nicht, kann man da doch den Wetterbericht einrichten? Das kann man tatsächlich hier. Und dann kann ich hier auf Choose gehen. Und dann gehe ich mal auf Berlin. Ja, und zwar in Berlin am Alex. Auswählen. Aktualisieren alle 30 Minuten. Das können wir so machen. So, und Sonne. Perfekt. Okay. Wird jetzt keine Temperatur angezeigt. Wahrscheinlich werden da keine anderen Wetterdaten mitgeliefert. Außer, dass es gerade wolkenfrei ist. Kann ich bestätigen, wenn ich aus dem Fenster gucke. Keine Wolke am Himmel. So, ein Taschenrechner ist gleich mit drin. Finde ich auch sehr, sehr interessant. Und hier unten sehe ich dann auch meine Prozessorauslastung. So, hier rechts haben wir dann noch so eine Art Benachrichtigungsmenü. Hier kann ich auch die Lautstärken anpassen von den Geräten. Je nachdem, was man so hat. Und ja, hier unten wird dann wahrscheinlich der Audio-Player angezeigt, wenn ich irgendwo Musik laufen habe. Finde ich sehr, sehr interessant. Okay. Ha, wenn ich also hier links drauf drücke, öffnen sich beide Widgets und schließen sich. Wenn ich hier rechts drauf drücke, dann nur das rechte Benachrichtigungswidget. Okay, naja, kann man ja machen. So, wenn ich dann das Terminal öffne, dann haben wir auch eine etwas andere Schriftart mit Serifen. Und diesmal fehlt hier das Xero Linux Logo. Sondern wir haben jetzt hier den Linux Pinguin. Ich nehme mal an, dass das Xero Linux Logo, dieses ASCII Logo, nicht in NeoFetch mit enthalten ist, sondern durch eine externe Textdatei einfach hinzugefügt wurde. Und ja, warum der das jetzt nicht zieht, könnte vielleicht daran liegen, dass sich die Konfiguration ein kleines bisschen geändert hat. Ich könnte ja aber versuchen, die Datei aus dem Backup, die Konfigurationsdatei aus dem Backup, in einfach die neue Konfiguration hinein zu kopieren. Wenn wir nämlich mal schauen, dann gibt es ja hier einmal die Konfig Backup. Das war jetzt unsere alte und die neue Konfig. Und in beiden befindet sich ein Ordner namens NeoFetch und dann da drin eine Konfig Datei, die sich Konfig.conf nennt. So, und das machen wir mal. Wir kopieren die Datei .conf NeoFetch. Konfig. Diese Datei kopieren wir jetzt nach .conf, dann NeoFetch und config.conf. So, dann einmal schließen. Und neu öffnen. Und et voilà. Wir haben die Originalkonfigurationsdatei wieder rüber kopiert und jetzt sieht das Ganze auch mit den Symbolen wieder schick aus und natürlich auch wieder das Logo. Gut, jetzt haben wir hier wirklich lange genug rumgespielt. Kommen wir mal zu einem kurzen, knackigen Fazit. Was halte ich von Xero Linux? Ich finde, Xero Linux ist ein System, das sich hauptsächlich nur auf das Äußere konzentriert, auf das Aussehen, auf die Farben, auf das Design. Das ist besonders wichtig bei Xero Linux und ich finde, dass es dazu nicht unbedingt eine eigene Distro braucht, denn Xero Linux holt sich seine Repositors, seine Pakete aus seinen eigenen Repositories. Das heißt, im Prinzip würde es auch funktionieren, diese ganzen superschönen Designs, die ja wirklich auch wunderschön sind, dass man die Repositories einfach in seine bestehende Arch-Distribution einbindet und einfügt und dann kann man eben sich auch diese Designs alle herunterladen. Um Xero Linux sinnvoll nutzen zu können, braucht man unbedingt eine ziemlich starke Hardware. Man braucht viel RAM-Speicher und einen guten Prozessor und auch eine gute Grafikkarte, damit das Ganze fließend und flüssig läuft. Auch mit Wayland bietet es jetzt technisch einen Mehrwert? Ich denke nicht unbedingt, denn am Ende ist das gesamte Betriebssystem trotzdem nur ein Arch. Allerdings muss man wirklich den Entwicklern von Xero Linux ein kleines bisschen zugutehalten. Die Mühen, die dahinter stecken, dieser Wille, das ist halt wie ein Künstler, der ein Bild malt. Und ich hoffe so sehr, dass die Entwickler von Xero Linux sich weiterhin auf solch fantastische Designs konzentrieren. Viel weniger auf die Distribution als solches, weil ich wirklich finde, dass die nicht notwendig ist, sondern vielmehr auf die eigenen Repositories mit den Designs zum Herunterladen auf allen möglichen Arch-basierten Systemen, wie zum Beispiel Manjaro, Endeavor OS oder einfach nur ganz normal Arch Linux. Also ist Xero Linux der feuchte Traum für Design-Hungrige? Ich denke schon, aber was weiß ich schon? Ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Ich bin ja nur so ein Typ im Internet.